Wenn es so eine Antwort nicht gibt. Banzer raus geht raus, oder? Und der 84. Minute wechselt mit Germania. Dankeschön an Zeit, Florian Banzer. Und wir begrüßen eure Spiele mit der Nummer 9, Fritzel Reitzig. Ja, oh mein, der ist auch immer gut für uns. Und wir begrüßen eure Spiele.